Guten Tag, Freunde und Freunde der Solidarität mit Kuba in Deutschland. Für uns ist es eine große, große Ehre zu unseren Grüßen an die Freunde zum Anlass des 20. Jahres des Bestehens der Netzwerk Solidarität mit Kuba. Ich erinnere mich noch, als in den 90er Jahren dieses Netzwerks entstanden ist unter schwierigen Bedingungen Kubas. Es war gerade die Zeit, als die Sowjetunion und die sozialistischen Länder in Europa zerbrechen wurden. Und die Zukunft Kuba war infrage gestellt. Heute, nach 20 Jahren, können wir mit Stolz mit unseren Freunden mitfeiern, dass wir diese schwierigen Momente überlebt haben. Dank an die Arbeit der Kubaner unter den schwierigen Momente, aber auch dank an der internationalen Solidarität, die uns auch Mut und Stimulation geben. Darunter auch die guten und engen Freunde der Solidarität in Deutschland und besonders Netzwerk. Für die Kommunisten Kubas, für die Kubaner, für die Revolutionären aus Kuba, die Beziehungen zu Netzwerk, die Beziehungen zu den Freunden Deutschlands, ist für uns natürlich auch aus größer Bedeutung. Wir haben heute das Land und den Sozialismus unter neuen Bedingungen bekräftigt und wir werden weiter diesen Kampf mit unseren Freunden weiterführen. Dafür möchte ich liebe Freunde und Freunde auch danken nochmals und sagen, die Kommunistische Partei Kubas ist stolz auf diese verbunden mit unseren Freunden in Deutschland.